Ja hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video in der Make-up-Schule von Mabacher. Ihr habt im letzten Video gesehen, da habe ich zwei reizende Damen geschminkt. Natürlich muss ich jetzt hier auch herhalten. Darum ein weiteres Hallo euch zwei. Da sind sie wunderschön, oder? Wunderbar. So und ihr habt jetzt ein Thema, die wir jetzt mit schminken. Die Brille bitte gut zusammen weglegen. Danke. Liebe Mama, lieber Papa, es hat mich gefolgt, dass wir uns fast 40 Jahre gekannt haben. Hey! Ist das normal, dass die Augen ringen? Weißt du, was kommt? Trittst du mit mir? Tja. Oh Mann, du meinst mal da braut die Stirn? Ja. Ja. Es gibt noch Momente, wo immer wirklich kalt erlaufen. Das ist wirklich nichts bringen. Ja, ich kürb da auch. Schön. Ja. Ja. Oh mein Gott. Hemdrückzinnat. Was? Schau ich gut aus und so was? Hey, machen wir den E-Capt nicht kaputt, ok? Das war's, oder? Sind wir fertig? Ihr habt unser Werk vollbracht. Harry Potter! Ja! Zeig mir bitte! Aber der Harry Potter hat auch keinen Schnauzer. Sieht gescheuert aus wie bei Voldemort, aber macht er nichts. Seine Mischung! Ah, ja, seid ihr zufrieden mit eurem Werk? Ja. Cool. Das war's soweit von mir. Ich habe das jemals wieder runtergeguckt in meinem Gesicht. Ich danke euch beiden. Immer wieder gerne. Und ja, dass der Kommentar der schönste unten von uns ist. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wollt ihr mich grüßen? Ja. Instagram müsst ihr mich. Der coolste Leder. Hardy Leder. Hardy Leder. Und unsere ganzen coolen Snapchat-Friends. Und Instagram? Ist uns wurscht? Ist uns wurscht. Das war's, danke, ist uns wurscht. Wir schauen einfach gut aus. Svegg. 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 Taft. Taft. Ieri. Taft. Und dann find менее viele Kidsos wie viele möglich. Und das planejmt ist für eine kleine eigene Euerar're.